Borussia Mönchengladbach befindet sich in einer Phase des Übergangs und der Ungewissheit hinsichtlich seines Kaders für die nächste Saison. Das Schicksal von vier herausragenden Spielern steht im Rampenlicht und lässt die Fans inmitten des Wirbelsturms der bevorstehenden Veränderungen auf klare Antworten hoffen. Angesichts dieses Transformationsszenarios strebt der Verein eine schrittweise Erneuerung des Kaders an, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung junger Spieler und der Entwicklung von Führungsqualitäten unter den bestehenden Athleten liegt. Das Auftauchen von Talenten wie Rockcore-Reiz ist ein bemerkenswertes Beispiel für diesen erfolgreichen Prozess, der dem Team Energie und Vitalität verleiht. Unterdessen bereitet sich die Borussia auf den Abschied von zwei Vereinsikonen vor, Toni Janschke und Patrick Herrmann, langjährige Spieler, die zum Saisonende ihren Rücktritt erklärt haben. Ihre Erfahrung und ihr Wissen gehen jedoch nicht verloren, da beide dem Verein in anderen Funktionen erhalten bleiben und ihre Weisheit und Führung in die Zukunft von Borussia Mönchengladbach einbringen werden. Unterdessen herrscht Ungewissheit über die Zukunft von Maximilian Wöber und Jordan, den ausgeliehenen Spielern, deren Schicksal weiterhin im Dunkeln liegt. Während Leeds United einen hohen Preis von 17 Millionen Euro für Wöber angesetzt hat, scheint die Option, Jordan zu kaufen, immer weiter in weite Ferne gerückt. Sportdirektor Wirkus äußerte Zweifel am Verbleib dieser Spieler und wies darauf hin, dass der Verein auf der Suche nach Verstärkungen, die eventuelle Lücken schließen könnten, verschiedene Alternativen, darunter den ablösefreien Markt und die deutsche Zweitliga, auslote. Angesichts dieser Herausforderungen und möglichen Veränderungen ist die Meinung der Fans entscheidend. Wie beurteilen Sie als Borussia-Fan die bevorstehenden Veränderungen im Kader? Vertrauen Sie darauf, dass der Verein Lösungen findet, die eine vielversprechende Zukunft garantieren? Teilen Sie Ihre Perspektive und Meinungen in den Kommentaren, denn es ist die Leidenschaft der Fans, die das Schicksal und die Entwicklung von Borussia Mönchengladbach prägt.